Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Fickety Night mit einem weiteren Nets-Show, dieses Mal mit der Sage 2020 Demo zu Sonic the Hedgehog Blasters! Okay, jetzt funktioniert es auch mit dem Controller. Mal wieder typisches Beispiel von... Das ist, dass nur gewisse, dass alles mit der Tastatur funktioniert, aber nicht alles mit dem Controller. Warum kann nicht alles gleichzeitig funktionieren? Das kann ich einfach nicht ab. Naja, was soll's. Auf jeden Fall! Gucken wir uns erstmal die Option an. Oh, geht nicht. Dann halt ein neues Spiel. Wir haben einfach gleich direkt reingeworfen. So, wir haben Madness Mountain und Dynamite Plant. Ich würde sagen, Madness Mountain. Wir gehen mal damit. So, wir haben Sonic, Tails, Knuckles, Classic Amy und Ray. Nehmen wir erstmal Sonic hier. Dieses Spiel spielt praktisch, äh, nach, ähm, nach Knuckles Chaotix. Kann ich mir aber jetzt nicht sicher sein. Aber ja, den hab ich zum Beispiel schon mal in, äh, ah. Diesen riesenroten Metal Sonic hab ich ja. Da haben wir zum Beispiel schon als Bosskampf in Sonic Mania gehabt. Metal Sonic. Also, sie verfolgen jetzt alle Metal Sonic gescheint. Ray. What the? Der hat Mighty entführt! Okay, das haben wir gleich. So, der Insta-Shield gibt es wieder. Rollen, rollen, rollen. Oh! Das sind mal ganz andere Motorbugs. Sogar mit, äh, Stacheln an den Rädern. Das sind so, äh, edgy Motorbugs. Wow, und Lava unten. Moment. Oh, was zum... Okay. Das war jetzt merkwürdig. Hm. Dann sagen wir, das wird hoffentlich nicht den Tod. Nein. Aber hier haben wir ein Master Emerald. Hat man hier praktisch Elemente von, äh, 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 der, sag schon, der Marble... Marble Zone, weil... Marble... Marble... Marble Zone war ja die, die erste Zone aus Sonic 1, ne? Hat man praktisch da Elemente miteinander mit Marble Zone, mit, äh, Mystic Ruins verbunden? Scheint so. Ja. Ein interessanter Level schon mal. Hm. Aber ja, wie gesagt, der spielt halt praktisch nach, äh, Knuckles Chaotix, die Story. Ich bin aber, äh, ich kann das aber natürlich selbst jetzt nicht beurteilen. Das steht einfach nur auf, der stand einfach nur auf der Sage 2020 Seite. So. Ich wollte schon sagen, der Insta-Sheet kann ich doch erledigen und ich treffe... Und ich stelle gleich zwei Treffer hier ein. What the hell? Och nein. Oh nein. Haha. Der erste Death. Oh nein. Das war... Hey, was zum... Das ist auch noch ein mobiles Huhn aus Sonic 2. Ganz klasse. Ja, okay. Kann man so nicht besiegen. Nein! Jetzt mach ich den Sam-Fehler noch mal. Der ist auch wirklich gemein positioniert. Nein, nicht noch mal, Freundchen. Der beim Checkpoint einfach hier einen attackiert, dieser Spast. So, diesen Mann verspiss dich jetzt da. Nochmal lass ich mich nicht, äh, ja, ins Boxhorn jagen. Freundchen. Aber wie gesagt, was ich... Was zum... Was war das jetzt? Äh, hier kommt ja wirklich alles auf einen zu. Alter, hier sind wirklich Gegner überall aufgestellt und... Äh, ich... Ich... Gerade hier ist... Ich werde hier erstmal unnötig getroffen hier, weil so viel abgeht. Da muss man schon ein Level wirklich gut kennen, aber ich... Ich glaube fast, das ist schon hier... Der Schwieger ist gerade hier schon ein bisschen auf Steroiden. Vor allem hier... Den konnte ich auch nicht vorher sehen, den Bassbomber, ne? Und jetzt kommen wir jetzt schon zu einem Robotnik-Boss-Kampf. Hm. Oh, ei, 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 ei. Nein. Ah, den konnte ich nicht mehr ausweichen. Da ist es wirklich gemein positioniert gewesen. Aber ein interessanter, schöner Soundtrack. Und das wär's. Ah. Und trotzdem werde ich noch von einer Kugel hier erwischt. Wäre ich gemein gewesen, wenn ich keinen Ring mehr gehabt hätte. Ja, okay. Das Spiel... Da muss noch daran gearbeitet werden. Ganz eindeutig. Ich weiß nicht, ob es auch hier noch Special Stages gibt in diesen Zonen. Hm. Das ist die Victory Jingle... Also, japanische Victory Jingle aus Sonic City. Remix davon. Okay, es gibt mehrere Acts. Ich wusste nicht, dass man Robotnik schon als Miniboss hier... Also, das ist das erste Mal, dass man Robotnik hier schon als Miniboss hat. Ich dachte mir ja praktisch, dass die Zone schon vorbei wäre. Was zum... Das ist ein... Das ist eine Bärenfalle hier, also... Wahnsinn. Was die hier alles aufgestellt haben. Aber worauf ich hinaus wollte, jetzt endlich mal zu Knuckles Chaotix. Ich hab das... Alter, das... Hä? Hier ist ja... Geht da viel zu viele ab? Worauf ich hinaus wollte? Knuckles Chaotix habe ich selbst nie gespielt, deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen. Das steht halt nur auf der... Warte mal. Das Design kommt... Das Design von der Lötel kommt mir jetzt bekannt vor. Da war ich doch schon an der Stelle. Was zum... Ja, nee. Game over? Was? Alter, wie aggressiv sind hier die Feinde? Was ist das? Wurde, ich war gerade... Pfff... Wow, was? Ich war gerade... Ich hab gerade noch einen Treffer von denen eingesteckt. Hab gerade keine Ringe gehabt. Der hat mich jetzt... Die haben mich jetzt einfach gekillt. Die... Die haben einfach meine... Die haben einfach meine... Ähm... Unbesiegbarkeit währenddessen ignoriert. Fuck. Ist ich da mich fest... Bis nach... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ey. Das ist das Spiel... Was zum Teufel? Toll, das muss ich wieder von vorne machen, ne? Äh, wieso? Muss jetzt mal ausgewählt werden. Vielleicht hat, äh... Tails mehr Glück. Cutscenes kann man nicht überspringen. Ne, kann man leider nicht. Ja, ich hab Knuckles Chaotix, äh... selber nie gespielt. Deswegen... Habe ich da leider so ein gutes Hintergrundwissen. Ich hörte zwar, es soll... Eines der schlechteren Sonic-Titel sein, aber... Ich will es trotzdem mal selbst ausprobieren. Hm. Wie es dazu gekommen ist, dass jetzt Mighty hier entführt wird? Mighty war ja auch Teil von Knuckles Chaotix. Da hat er seinen ersten Auftritt gehabt. In den Games. Er war früher ein Chaotix-Mitglied. Aber zugegeben, ich glaub, die Chaotix waren auch ein bisschen andere Charaktere von dort, wo sie stammen. Weil, ja, die Chaotix... Vector, Espy und Charme stammen ja auch von, ähm... Ähm... Äh... Stammen ja auch von Knuckles Chaotix in Sachen Videospielen. Die haben sogar in den Comics auch irgendwie eigene Charaktereigenschaften. Knuckles, äh, von dem in Aichi Comics... glaub ich, war Knuckles auch schon mehr deren Anführer. Und wirklich... Ähm... Mighty war auch schon eher ein... Ähm... Da wird auch... Wow, was zum... Pfff... Also, was ich sagen wollte, da wird auch, äh... deutlich besser... Hintergrund zu den Karten gegeben. Und... Was zum... Selbst mit Tails kann ich da nicht... Was ist das denn? Warum sind die Feinde hier so extremst aggro? Von dieser Piranien sind da wirklich, äh... Sau... Äh... Sauheftig. Wie soll man gegen die vorgehen? Was zum Fick ist das? Weil die kommen so schnell auf einen zu und dann... Beißen sie sich so extremst fest... Äh, die... Lass mich nicht in Ruhe... Ja... Hallo? Was soll das? Wie soll ich die bekämpfen? Das Spiel ist doch wahnsinnig! Das ist eigentlich auch die erste Zone darst... Ich kann's nicht glauben, ey. Das ist doch eigentlich die erste Zone darstellen! Was zur Hölle ist das? Naja... Wie gesagt, ich hab auch... Äh... Ich hab's auch vielleicht schon mal erwähnt... Ich hab jetzt nicht wirklich viel Hintergrund... Immer noch nicht so viel Hintergrundwissen zu den Comics... Aber ja... Hier wurde auch deutlich mehr, ähm... Hier wurde auch, äh... Zumindestens gezeigt, wie... Mighty den Chaotix hier... Wie Mighty, äh... Sich den Chaotix anschließt... Und ich glaub, die Chaotix waren noch nicht mal wirklich Detektive... Bevor das in Sonic Heroes reingebracht worden ist... Und... Vor allem Charmy in, äh... Den Comics soll sogar älter sein, als er es wurde, weil... Auch... Kleines Trivia in... In den Anleitungen zu Knuckles Chaotix wird sogar Charmy als 16 Jahre bezeichnet... Also 10 Jahre älter, als er es eigentlich ist! Genauso alt wie... Aspio! What the hell? Mann! Krass ist das denn? Und er hat wirklich eine schlimme Zeit in den Comics durchlebt... Sei es in diesen Fleetway Comics... Da hab ich auch mal welche gehabt als Kind... Wo zum Beispiel auch, äh... Wo, ähm... Praktisch Sonics Hintergrundgeschichte gezeigt wird... Wie er damals noch Kinos war... Bevor er bei einem Experiment dann zu Sonic wurde... Und... Wo Super Sonic ein... Wahnsinniger... Mordslustiges... Wahnsinnig mordslustiges Monster war... Und da wurde er auch vor allem... Charmy behandelt wie Dreck... Wie Müll! Die haben ihn gehasst wie sonst was! Ich mein, klar, in der Fanker-Mannschaft ist Charmy jetzt auch nicht unbedingt sehr beliebt... Er wird nur als nerviges... Äh... Er wird nur als nervig empfunden für... Äh... Andere aber... Was erwartet ihr als 6-jähriges altes Kind? Nicht... Nicht alle Kinder können wie Green the Rabbit sein! So gechillt und höflich! Oder so schlau wie Tails! Warte! Es ist... Vorne dem... War man nicht selbst auch noch ein hyperaktives Kind? Aber ja... Dieser Mountain macht mich auch wirklich mad gerade! Es ist wirklich pure Madness hier! Das ist ja wahnsinnig, dieser Level! Ich verfolge, diese Pekrania sind ja auch absolut höchst aggressiv hier! Wenn die einen erstmal haben, dann... Ja... Kiss man down! Ich glaube, das muss natürlich Knuckles darstellen in dem Gebüsch! Ich frage mich, wie es dazu gekommen ist, dass jetzt einfach mal Mighty entführt wird! Tja... Vielleicht geht's mit Knuckles auch etwas besser! Ey! Kann der sich mal verpissen? Der blöde Bassbomba! Weg mit dir! Aber ja, die Animation sieht richtig flüssig aus, wenn er da so in den Gleitmodus übergeht! Finde ich cool gemacht! Aber wow, das Level designen die Gegner, ey! Und vor allem manche Bugs noch zusätzlich, die hinzugefügt sind! Alter, ich meine, guck dir das an, wie viele das hier sind! Von diesen Krabben! Und auch wirklich diese Lavastellen! Hier ist ein bisschen unfair! Äh... Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob ich auf diesen... Ne, wohl... Das sind ja... Es ist ja kein Master Emerald, weil es gibt nur einen einzigen, wahren Master Emerald und das hier sind... Ja... Glaub ich... Ich weiß nicht, was das für Emeralds darstellen sollen, weil... Gewöhnliche sind es bestimmt nicht! Ich kann auch nicht sagen, was die für eine Funktion hier in diesem Spiel haben! Als sie zum ersten Mal in Sonic 2 aufgetreten sind... Ich glaube, man muss echt Schaden nehmen bei diesen Viechern, weil... Wie sonst soll man die überwenden? Ich glaube, vielleicht sind die wirklich noch ein bisschen zu verpackt, vielleicht ist das nicht... Vielleicht ist das nicht beabsichtigt, wie diese Piranhas hier abgehen... Dass sie nicht so aggressiv sein sollten... Gut, jetzt kommen wir zum Boss und verlieren dabei noch unseren Schild... Na, Prost, Mahlzeit! Und ich springe ja wirklich gegen jedes dieser verdammten Elektrostachelkugeln! Alter! Ja, das ist aber auch ein bisschen unfair! Wie er positioniert ist und wie die Kugel nicht zukommt... Alter! So, jetzt... Habe ich wenigstens mal den Act ohne Lebensverlust geschafft mit Knuckleboy... Aber ich glaube auch nur durch pures Glück, weil... Ich muss sie ja Schaden nehmen bei diesen blöden Piranhas... Sonst geht das nicht... Ich hoffe, ich komme dann noch dazu, die zweite Stage auch noch zu zeigen... Aber so habe ich wenigstens auch, Entschuldigung, alle Charaktere hier mal... Ähm... Das ist aber fast schon so schlimm wie in Metropolis-Sona Sonic 2... Wenn nicht sogar schlimmer... Boah... Hier sind viel zu viele gemeine Blind-Hindernisse... Nein! Oh! Diese blöden Piranhas! Die... 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 Die machen einen nur wahnsinnig! Oh! Ich kann sie glauben! Wie soll man die überwinden? Wie soll man die überwinden? Was muss man da machen? Man wird einfach da... Vollkommen reingeworfen gegen die... Oh, dann überspringe ich mal jetzt diesen verdammten Lupin... Und geh einfach mal hier lang... Ich glaube, ich sollte eh sowieso hier nicht lang gehen... Unter Wasser... Das will ich jetzt tun, ist vermeiden... Wenn es auch dazu dient, diese blöden Piranhas... Aggressiven Piranhas loszuwerden... Okay... Das ist zum Glück nur ein... Ähm... Boah, was zum Teufel? Von einem ist ins nächste... Mann... Blöde... Ugh... Blödes Hühnchen... Aber ja, das war zum Glück nur eine Pfütze gerade... Oder... Nicht weit genug ins... Das Wasser rein... Nicht tief genug ins Wasser, besser gesagt... Hm... Was ist das denn hier? Ich werde getroffen wie sonst was! So... Robot... Alter... Oh, was? Hä? Hä? Okay... Muss ich irgendwie den... Schuss reflektieren? Nein! Ich muss auf die Kristalle... Ah... Dann reflektiert das irgendwie zurück... Aber dabei darf ich mich nicht trotzdem... Dafür darf ich mich trotzdem nicht treffen lassen... Scheiße... Das letzte Leben, Mann... Ich muss das jetzt hinbekommen... Sonst habe ich die Zone wieder verkackt... Verpisst euch doch! Ihr seid echt zu viel hier! So... Genau, so soll es eigentlich ablaufen... Na... Nein! Was? Wie kurz bleibe ich hier unbesiegbar? Was darf ich? Ich habe noch nicht mehr Gelegenheit... Ringe wieder anzusammeln! Ist das wirklich... Euer Ernst? Dieses blöde... Alter... Fick doch dieses... Sorry, dass ich da jetzt so aggro werde... Aber ich meine... Komm schon! Da habe ich doch nicht wirklich... Ich selbst schuld! Wie krank das Spiel hier ist! Vor allem... Wie es einen die Unbesiegbarkeit... äh... Ignoriert! Wo man eigentlich keinen Schaden nehmen sollte! Also ich... Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll... Ein letztes Mal versuche ich noch mit Madness Mounten... Und wenn es wieder nicht klappt, dann ja... Lass mal sein... Nicht zu fassen... Vor allem diese Katzen kann man nicht mal überspringen! Nicht mal... Nicht mal bei der Tastatur! Ich begreif's was nicht! Ich meine, der Soundtrack ist ganz cool und... Ja... Das Level sieht an sich auch ganz cool aus, aber... Die Gegner und das Design... Boah! Ich weiß nicht, was davon halten soll! Wie sieht's bei... Ames aus? Natürlich... Ja, Pico-Pico-Hammer! Von selbstverständlich... Da war ein Trampolin? Selbstverständlich... Hä? Nein, das ist kein Trampolin! Ja, was zum... Das ist praktisch ein Doppelsprung, ja... Den sie aber vollführt... Aber ja, sie kann keine Spin-Attack... Ich weiß nicht, ob das für ihr beabsichtigt ist... Ich glaub mal nicht... Das ist... Da kriegt sie einen gewaltigen Schwung hier... Nach oben... Hm... Ja, statt der Spin-Dash kann sie einfach nur... Praktisch Tempo... Dazu gewinnen... Also sie ist wirklich der schwerste Charakter hier... Wut... Checkport! Hier! Hehehe... Da kommt man wirklich nur mit den Charakteren hoch... Die fliegen oder klettern können... Nice! Auch hier im Checkpoint... Ach, come on! Wieso hab ich den damit nicht getroffen? Die Hitrate ist auch nicht wirklich... Gut... So... Äh... Wie soll ich da jetzt... Obwohl ich mich treffen... Von dem... Wenn ich bei jedem... Hä? Bei jedem Hammerschlag... Ey, was zum... Oh shit... Ich glaub mit Amy wird das auch nichts... Shit... Also... Amy ist da auch wirklich viel zu schwer zu steuern... Ja... Vor allem... Das sollte doch eigentlich nicht passieren, oder? Ah... Aber den Angriff kannst du ja auch... Wenn man nach unten drückt... Beim Angreifen... Gab's in Sonic Advance... Der ein... Äh... Zum ersten Mal den Eingriff... Der ist an sich cool... Oh man... Amy ist glaub ich wirklich der schwerste Charakter... Ich hoffe das wird in Sonic Maniac Sequel besser umgesetzt... Falls das kommt... Oh ja... Damit kann ich wirklich... Ah... Naja... Wenn ich... Den Ring noch erreichen kann... Boah... Das Spiel macht mich wahnsinnig... Was ist das hier? Nein... Ich weiß echt nicht was ich davon halten soll... Nein... Wow... Nice... Äh... Nein eh... Ach... Come on... Leider Gottes... Ich weiß nicht... Es sind wirklich einiges an Bugs vorhanden beim Spiel... Nein... Nein... Ich kann einfach den Ring da nicht mehr erreichen... Da ist zu viel los... Ah... Ah... Okay... Amy ist der falsche Charakter für dieses Spiel... Da muss echt noch was gemacht werden... Ach... Shit... Ich schaff's einfach nicht diese Zone... Das ist einfach nicht zu fassen... Was ist das hier für ein... Bullshit... Das ist einfach zu heftig... Was denken sie sich dabei? Also... Sorry aber... Das ist echt viel zu gemein das Spiel... Das ist ja wie ein Kaizo Mario Titel... Ach gut... Ich kann einfach nicht anders... Ich will den Scheiß mal schaffen... Ray ist da vielleicht besser geeignet... Ich hoffe es mal... Weil... Das geht so nicht weiter... Ach... Weil ihm hasse ich erst... Dass man das nicht überspringen kann... Come on... Man muss doch eine Möglichkeit zum Cutscene... Bespringen haben hier, ne? Amy ist wirklich der falsche Charakter für das Spiel... Muss ich sagen... Zumindest für den aktuellen Level... Mal sehen, ob wir da eine andere Perspektive... Bezüglich Ray... Erleben werden... Weil... Ray hat ja eine ganz andere... Ähm... Ganz andere Grund... Hierbei mitzumachen... Hm? Oh, der hat einen Doppelsprung? Nicht den Gleiter, den er... In Sonic Mania verwendet? Okay... Den Super Mario World Gleiter... Kann ich das mal nennen? Ach doch, hat er was? Hä? Wie jetzt? Äh... Ich verstehe es jetzt gerade nicht... Oder ist es nur in so einer Animation... Wie er da runterfällt? Ich glaube, dass es hier dabei... Äh... Darum handelt... Möde Krabben, ey... Mann, ey... Wichtig mit den Gegner Spam... Einfach übertreiben... Vollet er mir auch mit dem Feuer... Ich wollte einfach nur die scheiß Lava schnell überwinden... Alter, für Speedrunner ist das auch nichts... Äh... glaube ich fast... So wie das hier abgeht... Oh nein, diesmal nicht... Diesmal nicht... Diesmal lasse ich das nicht zu... Kann man machen, was man will... Ne, 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 ne... Vielleicht kann ich doch... Oder kann ich das überhaupt? Ne, kann ich leider nicht... Ich kann da nicht drüber... Ich muss doch mal... Zu den scheiß Piranhas runter... Den kann man ja auch nicht entwischen... Das ist ja wirklich auch sehr unfair und gemein... Ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war... Von den Entwicklern... Ich meine, come on... Da, da kann ich doch nichts dagegen... Äh... Da kann ich nichts dagegen tun... Was könnte man da machen? Ich glaube gar nichts... Ja, pfff... Ich hasse es... Ich verliere dann immer sofort das scheiß Schild... Oh man... Ja, toll... Ich sehe... Blöden Flammen... Ah... Da könnte ich wenigstens besser zielen, ey... Also halt praktisch... Insta-Shield... Aber mit... Äh... Mit einem zusätzlichen Doppelsprung-Effekt... Nein... Lass mir doch den Ring, du Arsch... Äh... Das Spiel ist doch scheiße... Sorry... Aber ich kann es einfach nicht ab... Ich wäre schon beinahe... Schmiede darauf reingefallen und... Komm... Ich muss echt ernsthaft durch diese Stelle nochmal durch... Ich muss mich nochmal von diesem scheiß Piranhas treffen lassen... Ich kann versuchen, sie zu Outspeeden... Ah... Wenn dieser blöde... Krabbe nicht gewesen wäre... Aber gut... Die haben es wenigstens nicht geschafft, mich zu töten... Ja... Komm... Wie soll man den... Pfff... Scheiße... Ja... Wieder keine... Ich wollte schon sagen... Ja... Doch, doch... Keine Ringe... Äh... Runter da... Bevor du noch... Getötet wirst... Bevor er noch eine Kugel schickt... Fuck... So... Bloß aufpassen... Huch... Das ist tatsächlich... Ich glaube es nicht... Huch... Huch... Das Spiel macht einen wahnsinnig... Es treibt dann wirklich in die Madness... So wie diese Ernarbe der Level auch... Äh... Ach... Hopfuckers... Was vergessen... Dass es die hier auch noch gibt... Wirklich... Da wird man... Mad von diesem Level... Alter... Und dieser... Dieser Glitch hier... Das finde ich auch nicht gut... So... Wer ist denn der Lokomotive dafür... Oh... Der Checkpoint... Ah... Man, ich könnte echt mehr extra den gebrauchen... Und... Den sieht man auch wirklich... Auf den ersten Blick nur schwer... Weil... Der passt sich farblich ein bisschen im Hintergrund an... Das finde ich auch ein bisschen... Schlecht gemacht... Was der wohl... Was Eggman wohl mit diesen Zügen hier transportiert... Das will ich gar nicht wissen... Ah... Warum hat der Doppelsprung jetzt hier nicht mehr geklappt? Der geht generell dann nicht... Ach du... Schon wieder... Nerv mich nicht... Meine Fresse... Oh nein... Oh... Okay... Okay... Manometer... Also... Ja... Der Leveltreib dann wirklich buchstäblich in den Wahnsinn... Ich habe noch nicht mal mehr... Ich glaube ich habe jetzt... Oh... Ich könnte... Nein... Das geht nicht... Ich muss tatsächlich den... Alter... Der nächste... Boah... Wie soll man den entwischen? Bevor er mich noch trifft... Da muss man echt sehr... Schnell sein... Uff... Come on... Zieh doch auf den Scheiß... Kristall hier... Jawoll... Nein... Shit... Ziel darauf... Ich sagte... Ziel darauf... Fuck... Er zieht jetzt... Wirklich... Alles... Aber ich kann es auch so machen... Oh... Nein... Oh nein... 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 Shit... Come on... Wie viele Treffer braucht er noch... Oh... Fuck... Ja... Endlich... Was... Er ballert noch weiter... Er ballert noch weiter... Shit... Hörst du auf... Hörst du auf... Verpiss dich... Oh... Da... Da fliegen ihm auch die Licht... Nein... Was soll das... Oh... Fuck... Das... Ist doch... Nicht fair... Und... Warum... Konnte ich da nicht drüber? Ich... Jetzt reicht es aber mal langsam... Alter... Das Spiel ist doch beschissen... Das ist ja... Schon Sonic 2006 oder Sonic Boom Level an... Glitches und Bugs mit diesen... Blödsinn... Ich meine... Come on... Hat man sowas schon gesehen? Ich meine... Was soll das? Das ist bestimmt nicht... Das ist bestimmt nicht mit Absicht zu laufen... Und erst jetzt kriege ich diesen Checkpoint... Konnte ich den nicht vorher kriegen... Dass der noch weiter geballert hat... Während der schon... In der Sterbeanimation war... Oh... Ist das fair oder was? Zwei... Jawohl... Ja... Immer schön... Treffen hier... Ja... Ja... So sieht's aus... Wow... Ja... So soll's eigentlich laufen... Die ganze Zeit... Wenn er aufhören würde... Die ganze Zeit noch weiter zu ballern... Gut... Jetzt hab ich mehr Ringe... Um mich weiter zu schützen... So... Aufpassen... Dass da noch nicht noch ein weiterer Laser kommt... Ja... Pfff... Guck sich das eine an! Und da soll man behaupten... Das... Das wäre fair... Und gut... What the fuck... Nie wieder Madness Mountain... Aber Dynamite Plant... Ist bestimmt noch schlimmer... Tails... Du musst das jetzt hier... Durchschaffen... Ach nein... Schon her... Erstmal mit einer Zerquetscherfalle... Die haben sofort... Und die Leben wurden auch noch nicht mal zurückgesetzt... Was... Sind das bitte... Für Level Designs... Und da sagt man schon... Die Level Designs von Sonic CD... Oder Sonic... 3... Sonic Advance 3... Wären... Absolut unfair... Oder scheußlich... Da ist Sonic 1... Das ist nichts... Im Vergleich zu dem hier... Das ist doch... Bullshit! Wenigstens gibt es da keine Cutscene... Okay... Nochmal das Ganze... So... So... Durch da... Besiegen... Darüben... Oh shit... Was ist das? Bom... Gott sei Dank... Endlich wieder Ringe... Mann... Kreisling überall... Shit... Kreisling überall... Hallo... Warte... Warum packe ich da schon wieder so rum? Ey... Was... Der geht sogar hoch auf die Plattform? Wie wahnsinnig ist der Typ? Oh... Als ob... Den konnte ich noch nicht mal erreichen hier! Sogar noch die Altmetallpresse hier... Soundtrack klingt viel zu angenehm für sowas hier... Was da abgeht... Wozu werden hier Bomben eigentlich produziert? Also... Äh... Generell, warum... Wo werden die Bomben überhaupt hingetan? Aber ich glaube nicht, dass die nur als Hindernis dienen... Die müssen schon eher einen Zweck hier erfüllen, ein gewissen... Oh man... Alter... Ich... Ich... Ich werde von allen hier getroffen... Ich... Ich... Ich kann einfach nicht... Okay... Das Ende von den ersten... Also... Ja... Ist klar... Wie wird denn... Alle sind entgegengeworfen hier... Diesmal ist es aber mal so... Aber jetzt nicht robotisch... Und was war das bitte? Ein UFO? Ja... Übertreibt es halt hier... Mit euren ganzen... Als ob... Nein! Level 2, Level 4... Ja... Die erhöhen das immer weiter? Stopp, Level... Stopp, Level... Stopp, Level... Stopp, Level... Nein... Was sollen die ganzen Level? Endlich ist er tot... Aber es ist noch nicht vorbei... Selbst in der Sterbehandlung... Also muss man trotzdem noch hier... In Bewegung bleiben... Schau, was sieht er seine an... Schau, was sieht er seine an... Oh shit... Gib mir den... Verdammten Ring! Oh man... Gib mir den fucking Ring... Und lass mich hier weiter! Boah... Ich kann einfach nicht mehr... Der... Das spielt mir auch nicht so wahnsinnig... Oh shit... Der Dynamic Plane... Okay... Es soll halt... Es ist halt eine Bombenfabrik... Wie es scheint... Wäre sogar Beans Lieblingsplatz... Der ist schon... Der Dynamite... Das wäre schon sein liebstes... Äh... Örtchen hier... Von dem Bombenfreak... Oh... Shit... Das war sauknapp... Der Hintergrund... Ich weiß nicht... Wo... Was ist... Hier kann man wirklich gar nicht durchspeeden... Ohne der Gefahr auszugehen... Dass... Dass man irgendein... Hindernis kracht... Also... Speedruns sind hier fast wirklich unmöglich... Okay... Ein Schild... Und jede Menge Ringe... Und jetzt auch mal ein Speedbooster... Ach... So... Jetzt... Komm mal... Komm mal... Komm mal... Jum... Ja... So mag ich das hier... Na... Jetzt aber... Jetzt haben wir ein schöneres Level-Design... So wie ihr es kennt... Schön richtig durchspeeden hier... Äh... Wieso konnte ich nicht dafür entspringen? Puh... Puh... Gegner in Anflug... Nein... Du lass das... Und man merkt deutlich... Dass der Spieler da ein paar... Mit dem Bugs zu kämpfen hat... Ich glaube ich sollte lieber hier fliegen... Ist sicherer... Vor ich dann noch... Aufgespießt werde... So... Puh... Ja... Man merkt... Das Spiel ist wirklich noch... Sehr unvollständig hier... Aber wer hat's das? Das ist auch ein ziemlich gerushtes Produkt... Das ist ja praktisch das Sonic 2006 in... Äh... Classic Sonic Format... Hm... Aber das war schon eine nice Stelle gerade... Verkriege jetzt mein extra Leben durch Ringe... Das wär's doch... So... Du... Lässt deine Bomben schön in deinen Bauch... Nein... Was? Kein... Kein extra Leben? Ich hab jetzt... 100 Ringe... Und es gibt kein extra Leben dafür... What? Halt's ab! Oh ja... Aber das geht schön ab hier... Ja... Jetzt... Come on! Hoch, 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 hoch... Wie... Es ist zu viel... Wann endet denn dieses... Diese... Act jetzt? What? Ich bin eigentlich auf ihn zu gerannt... Ich glaube ich fühle mich ein bisschen beobachtet... Aber ich weiß nicht warum... Hm... Och was zum... Sag mir so ein Box an... Äh... Sag mir nicht, dass das jetzt das Prinzip bei dem Boss wäre... Ich höre, dass er getroffen wird... Ich höre, dass er getroffen wird... Als ob! Als fucking ob! Als fucking ob! Als fucking ob! Ich glaube das ist... Das ist eine gute Entschädigung für den ganzen Ärger... Den ich in diesem Spiel bereits hatte... Ich glaube das ist... Das ist eine gute Entschädigung für den ganzen Ärger... Den ich in diesem Spiel bereits hatte... Als ob! Als ob! Was? Nein! Ach, come on! Man kann Tetris hier spielen! Alter! Auch nicht schlecht! Hm... Hm... Oder... Ähm... Kann man da irgendwas gegen Robotnik hier tun? Oder... Dient das nur für den zweiten Spieler? Ich hoffe auch da zwei Controller funktionieren! Hm... So... Ich könnte wieder einen langen Stab gebrauchen... Bislang bekomme ich keinen... Da könnte ich jetzt massig Punkte damit kassieren... Nein! Na gut... Nein! Ich wollte... Was soll das? Ich hab gedrückt die ganze Zeit... Und er hat nicht... Kommt endlich mal wieder ein Stab? Hallo? Es kommt einfach keiner mehr! Was soll das? So... Jetzt hat's aber geklappt... Ich glaub langsam komm ich zum Ende... Und ich... Jetzt auf einmal kommt er! Nein! Nein! Ah... Ah... Da kritisiert man das vielleicht... Sonic Advance 1 ein bisschen umfällst... Und den Schwierigkeitsgrad ganz schön hoch geht... Aber... Mit dem Spiel hab ich... Oder mit Sonic CD... Was auch immer... Ich hab mit den Spielen deutlich weniger Problemen... Selbst mit dem ersten Sonic Spiel hab ich da deutlich weniger Probleme... Kann mich deutlich besser an die Level gewöhnen als an das hier... Das ist echt nicht gut designt... Und von dem auch in einigen Punkten echt verbuggt... Weil während der Sterbeanimation darf eigentlich Robotnik... Oder der... Oder welcher Boss auch immer... Gegen einen kämpfen nichts mehr machen können... Keine Gelegenheit mehr zum Schaden... Weil ich mein das war auch wirklich umfällig direkt am Ende da... Bei den... Bei Robotniks Laser... Äh... Mit seinen... Mit seinen... Äh... Laserkapsel... Mit seinen Laser-Mac... Wie am Ende noch... Äh... Weitergeballert wird und... Ja... Ich mal getroffen werde und... Schluss... Obwohl ich hätte... Die... Act jetzt beenden können... Ich... Boah... Das triggert mich bis jetzt noch... Das muss echt gefixt werden... Aber sowas von... Da muss ein besseres... Äh... Design her... Weil... Grafisch und so sieht es echt gut aus... Muss ich sagen... Der Artstyle gefällt mir auch... Charaktere steuern sich auch ganz gut... Muss ich sagen... Bis auf Amy natürlich... Das muss auch gefixt werden bei ihr... Aber ja... Ansonsten... Hm... Kann ich wenigstens die paar guten Dinge... Aber das ist glaube ich jetzt... Eins der schlechteren Spiele... Wäre das damals rausgekommen... Also wäre sowas rausgekommen... In dem Zustand... Das hätte schon Sonics Karriere von vornherein ziemlich... Abbrücken lassen... Deswegen hoffe ich mir... Wir werden nicht noch eine weitere Enttäuschung erleben... Wie mit... Äh... Ab nächstes Jahr... Weil ich... Weiß echt nicht was noch kommen wird... Wir dürfen gespannt sein... Wann wir überhaupt mal eine Ankündigung für das nächste Sonic Spiel bekommen... Wenn sie schon sagen... Dass nächstes Jahr Sonic Spiele kommen... Bräuchten wir endlich mal wenigstens einen kleinen... Teaser Trailer... Zu dem was uns erwarten könnte... Aber gut... Man muss geduldig sein... Weil sie nehmen sich ja jetzt mehr Zeit dafür... Für die ganzen Spiele... Und kann man könnte argumentieren... Dass Sonic Forces auch vier Jahre in der Entwicklung war... Aber man muss bedenken... Die haben die meiste Zeit an der neuen Engine Arbeiten... Gearbeitet... Haben die Engine nicht vollstens ausgenutzt... Man hat schon deutlich gezeigt... Dass die aktuelle Engine auch wirklich sehr... Gut aussehen kann... Vor allem aus der Switch mit Mario und Sonic... Bei... Den... Bei den abgebrochenen... Tokio... Also... Es war Tokio 2020 hier... Olympia, oder? Ja... Die ja dann... Bei uns leider nicht stattfinden wegen Corona... Aber wer konnte das vorhersehen? Naja... Aber das lief auf diese Engine... Und das sah schon wirklich deutlich besser aus... Und vor allem auch richtig offene Passagen... Gab es auch in der Map... Damit könnte man arbeiten! Wenn schon mit dieser Engine wirklich so... Die Charaktere und Grafik wirklich gut aussieht... Für Switch-Verhältnisse... Vor allem besser als Forces selbst über PC... Da könnte was damit gemacht werden... Also ich denke Sega könnte wirklich mit der Engine gut was anfangen... Wenn sie wirklich nicht noch... Zusätzlich Zeit für eine andere Engine verbracht haben... Dann... Das ist nämlich nicht nötig... Weil es nämlich auch mit den neuen Konsol-Generationen kompatibel ist... Ernsthaft, das muss echt nicht mehr sein... Und vor allem hoffentlich auch die richtigen Leute eingestellt haben... Dieses Mal... Welche die mit Erfahrung mit Sonic haben... Und auch... Wirklich viele Leute... Mindestens 10 Level-Designer... Weil 8 Level-Designer haben schon an Generations gearbeitet... Und hab gesehen... Man hat der Qualität deutlich angemerkt... Dass auch nur nach einem Jahr Entwicklungszeit... Puh... Wirklich... Ich hoffe Sega... Bekommt das nächstes Jahr hin... Weil sonst... Werde ich... Das Franchise aufgeben müssen... Ich meine... Ich fange schon an mich anderen Franchises jetzt mich näher zu kommen... Wie Mega Man... Und auch Mario möchte ich... Kann ich immer noch treu bleiben... Weil die Hauptspiele immer noch gut sind... Aber... Ja Nintendo macht auch in letzter Zeit viel... Viel falsch... Dieses Jahr haben sie wirklich ihr schlimmstes Jahr... Aber... Damit ich jetzt nicht mehr so genau darauf eingehen... Bevor jetzt das Video dann noch zu überlang wird... Ist es eh schon praktisch... Ist es besser wenn ich es jetzt dann so belasse... Ich kann auch nochmal noch genauer darüber reden... Vielleicht bei einem anderen... Sage 2020 Titel... Oder bei einem... Äh... Separaten Video... Werden wir mal gucken wie ich das noch regeln werde... Ansonsten... Bedanke ich mich für Aufmerksamkeit... Wie findet ihr das Spiel... Fandet ihr es besser... Und ich bin zu harsch dazu... Hm... Schreibt es mir halt in die Kommentare... Würde mich darüber freuen... Und... Download Link wie immer in der Videobeschreibung... Und wir sehen uns wieder beim nächsten Sage 2020 Titel... Also danke für eure Aufmerksamkeit... Und auf Wiedersehen und... Tschüss in... Lonne!